Und damit, moin mein und herzlich willkommen zu diesem kleinen und kurzen Fußballtalk mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und ihr seht schon unten an der Zeit, das wird wirklich ein mini 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 Fußballtalk, eigentlich mehr oder weniger ja nur ein kleiner Denkanstoß, denn ihr seht schon oben im Titel, es geht um das Thema Abseits. Und zwar wird es eine neue Regel geben, ich kann ja mal ein paar Schlagzeilen hier nennen und zwar zum einen vom Kicker, das Abseits wird neu ausgelegt und natürlich von der Build, die da ein bisschen emotionaler, ein bisschen drastischer natürlich wieder mit dabei ist, mit dem Titel Neuer Abseits Schwachsinn Ausrufezeichen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es wird demnächst eine neue Regel geben, was das passive Abseits angeht. Und ich habe mir gedacht, das können wir gleich mal so ein bisschen, wie gesagt, nutzen als Denkanstoß, zum einen, um über diese Regeln ein bisschen zu diskutieren, in den Kommentaren natürlich auch, und zum anderen allgemein, wie ihr zum Thema Abseits steht. Was ist euer Vorschlag, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen für die Zuschauer, für die Schiedsrichter und so weiter und so fort, denn da ist ja doch ein bisschen kompliziert das Ganze ausgelegt, zumindest momentan. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal ein bisschen an mit der bisherigen Lage, was das passive Abseits angeht und dann natürlich mit der Neuerung. Ich lese jetzt einfach mal aus dem Build-Artikel vor, weil es da einigermaßen ja verständlich aufgelistet ist, wobei ich dazu sagen muss, es ist schon wirklich kompliziert, also hört am besten zweimal hin, dann passt es ganz gut. Ich muss das auch zweimal drüber lesen, wobei bei mir ist es auch gerade noch relativ früh am Morgen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, von daher war ich da auch noch nicht der fitteste, vielleicht lag es auch einfach daran. Aber wir gehen einfach mal rein und zwar, bisher galt, ein Spieler steht im passiven Abseits, wenn er nicht an einer Angriffssituation beteiligt ist. Gelangt der Ball trotzdem vom gegnerischen Verteidiger zu ihm, darf er ein Tor schießen. Das ist die momentane Lage, sprich, wenn sich ein Spieler, wie gesagt, im passiven Abseits befindet, gerade momentan nicht an irgendeiner Situation da beteiligt ist in der Offensive und dann der Ball irgendwie vom gegnerischen Verteidiger, sei es durch einen direkten Pass, weil der Verteidiger, keine Ahnung, blöd ist und die Farben nicht erkennen kann, oder halt durch irgendeinen Abpraller zu ihm gelangt, darf er ein Tor schießen. Das ist die momentane Regel und die Regel, die jetzt dazu kommt, beziehungsweise die abgeänderte Regel heißt, bekommt ein Spieler, der nach der alten Regel im passiven Abseits stand, sprich, ein Spieler, der momentan nicht an einer Angriffssituation beteiligt ist, den Ball vom gegnerischen Verteidiger, äh, blablabla, bekommt nochmal, bekommt ein Spieler, der nach der alten Regel im passiven Abseits stand, den Ball vom gegnerischen Verteidiger steht er jetzt aktiv im Abseits. Das Tor würde nicht zählen, sprich, wenn der Ball durch einen Verteidiger abgeprallt wird, äh, und dann zum, zum Stürmer oder zum, zum offensiven Spieler in dem Moment, ähm, geht, der Spieler, der vorher im passiven Abseits stand, wenn der den bekommt und ein Tor schießt, zählt es nicht mehr. Das ist also momentan die, die Auslegung, Bild hat er darunter noch schön geschrieben, Passivfragezeichen, Aktivfragezeichen, idiotische Ausrufezeichen. Also es ist zum einen, kann man natürlich sagen, wieder eine neue Regel, die das Ganze noch komplizierter macht, zum anderen aber für die Schiedsrichter vielleicht trotzdem auch ein bisschen einfacher, denn dadurch, wenn der Ball irgendwie durch einen Verteidiger abgefälscht wird und zu einem Spieler gelangt, der vorher im passiven Abseits stand, können sie jetzt immer abpfeifen, äh, beziehungsweise, naja gut, eigentlich nicht, ne? Ne, eigentlich nicht, eigentlich macht es wirklich komplizierter. Denn denkt mal dran, was ist denn jetzt da dann wieder, wenn, wenn der Ball vom, vom, oder wie der Ball vom, vom Verteidiger zum angreifenden Spieler gelangt, nach einem Zweikampf, nach einem missglückten Abwehrschlag, einem Fehler des Verteidigers, ich lese da gerade mal ein bisschen vor, denn die Sache ist die, wenn sich der Verteidiger wiederum schon im, im neuen Spielaufbau befindet und den Ball dann, was heißt kontrolliert, wenn er den Ball eben, oh, ist das schwierig zu erklären, wenn, wenn er sich auf, wenn die Situation, sage ich mal, bereinigt ist und er den Ball trotzdem zum Gegner spielt, der vorher im passiven Abseits gestanden hat, dann darf der Stürmer wiederum ein Tor erzielen, weil es dann wiederum kontrolliert war. Also es kommt dann eben drauf an, wie das Ganze erfolgt, wie der Schiedsrichter das Ganze auch auslegt, ist schon wieder eine neue Spielsituation, ein neuer Spielaufbau des Verteidigers entstanden oder ist er eben nicht entstanden und dadurch darf das Tor dann letztendlich nicht ziehen. Also ihr merkt, es ist kompliziert hoch 10, ich bin mal richtig gespannt, wie es da noch weiter geht. Vom 27. bis 30. Juni findet da irgendwie am Chiemsee der Saisonvorbereitungskurs für die Schiedsrichter statt und da muss der gute Herbert Vandl, sprich der Schiedsrichterchef, die Leute ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Ich bin mal gespannt, was da wirklich noch abgeht und das ist jetzt ja, sage ich mal, auch so dieser kleine Denkanstoß gewesen, um überhaupt mal über das Abseits zu diskutieren. Wie steht ihr zum Thema Abseits? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin ja der Meinung, dass man das Ganze mit diesen passiven Abseits und so weiter und so fort gar nicht mehr braucht. Was auch richtig cool wäre, wenn es einfach gar keinen Abseits mehr gibt. Das würde dann nämlich, sage ich mal, die ganzen Formationen und Grundordnungen bis ins Tiefste erschüttern. Von daher wäre das, denke ich mal, auch ganz interessant zu beobachten. Aber das ist natürlich Quatsch. Also ich sage mal so, wenn ein Spieler im Abseits steht, dann soll er auch im Abseits stehen und dann soll er auch gepfiffen werden und nicht jetzt irgendwie über passives Abseits und sonst was nachgedacht werden. Also ich denke mal, da sollte demnächst oder sollte überhaupt mal ein bisschen drüber nachgedacht werden über die ganze Abseits-Situation. Aber ich bin, wie gesagt, mal gespannt, was ihr von dem Thema haltet. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklären können. Es ist, wie gesagt, ein kompliziertes Thema. Ich kann auch unten nochmal in der Videobeschreibung einen kleinen Link verlinken zum Thema. Abseits auch von der Bild-Zeitung, die dazu eine kleine Grafik eingebaut hat, um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Könnt ihr einfach mal vorbeiklicken. Ist, denke ich mal, grafisch ganz gut gemacht, damit man es vielleicht auch ein bisschen besser checkt, als wenn der olle Badeschlappen da blöd vor sich hin redet. Aber ich würde auch sagen, das war es erstmal, wie gesagt, mit diesem ganz, ganz kleinen kurzen Fußballtalk. Mir ist es eben nur bei den News aufgefallen. Habe ich mir gedacht, mache ich doch gleich ein kleines Video dazu. Und wie gesagt, ich bin richtig gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wie würdet ihr das abseits verändern, damit es einigermaßen normal ist und einigermaßen auch gut für die Schiedsrichter zum Auslegen ist. Wenn man es mal so ausdrücken kann. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann gleich in den Kommentaren. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!